was ist denn hier? hier ist Mr. Moose man warum truppst du eigentlich keine Pfeile? wenn ich halt Pfeile erwarte weil er Pfeile auch schießt ähm falsche Richtung falsche Richtung falsche Richtung das hier oh mich halten mit na ich brauche definitiv ne Bombe danke 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 vor allem inzwischen ja für den bogen halt ein bogen schaden ist fünf nase auf sechs oder um die folge wahrscheinlich eher weniger für bosse nützen halt doch dann eher das schwert kämpfe festung lieferst du das bier nein ich bin ich habe kein bier dann verschwinde wir eigentlich jetzt krähen fest ist immer jetzt wir haben kein bier jetzt muss ich überlegen irgendwo ging es auch noch hoch auch bei der lotus war acht nach oben wo man auch was brauchten bin mir nicht sicher aber ich glaube ja wir brauchen nicht auch feile ich wechsle das mal so hier kann man ja in an die berühmte ja würde ich und da hier weg ich werde den weg schon irgendwie finden ab und zu muss das halt sein wir müssen an strand oder war das nicht an strand war was mit mir sogar bin mir sicher ziemlich sicher sogar irgendwo wo strand ist hier ist der versunkene belast sehr schön aber ich ach so ach so ist ok und halt hier dann ist das viel wichtig dass ich das hier weg spreche ich weiß es nicht ah was wichtig ich ich Und schlüssel sehr schön. Ein kleiner, feiner, guck mal. Hier können wir ja schon... Lass mich eine Runde baiten. Baiten für Anfänger. Ähm... Nein, runter. Okay, hier kommen wir also nicht lang. Hier ist aber ein Schalter. Der das nicht geöffnet hat. Der hat aber irgendwas bewirkt. Hier ist der Schlüssel. Da ist ein Schalter. Das ist jetzt auch offen. Ähm... Aufgabe autorisiert. Sehr schön. Jetzt habe ich hier so viele Gänge, wo ich lang kann. Den Stein hat jemand eingeblattet. Die Schritte ist schon ziemlich verblasst. Seferine möge wir unsere Freude bekämpfen, auch dass sie nicht unsere Feinde werden. In der Ruine des von ihnen zerstörten Palast habe ich diese Leuchtturm errichtet. Solltest du ihm nach Hause folgen, können wir es wieder aufbauen. Leuchtturm. 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 Hm, der Leuchtturm ist wohl wieder aktiviert. Leuchtturm. Hat man nicht jetzt alle Leuchttürme aktiviert? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber oben kann man dann raus. Ist nicht schlecht, hier spricht. Leuchtturm. Ähm... Nein, das war falsch. Hier lang, da lang, da oben und hier. Ja. Beim besten Willen. Wenn hier nichts... Achso. Das ist bemerkwürdig. Mann, hier ist... Hier sind so viele Wege. Ja. 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 Und dann wechsle ich mal wieder. Ja. 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 so wie vielleicht was auch immer das oder so das sind kriegen fehler gefunden werden du nach überlegst warum du sie einsteig kannst du fühlen die blick der staat vor stehst löcher in den herren hinterkopf ich kenne noch so eine statue aber irgendwie salpeter mina grund der monster hatte blick von bomben laden ja das lotus wird du hast vor einem gefühlten starte krähen fehler gefunden finde heraus was mit der ist fehlte tun kannst aufgaben gegen schon wolfram erz das ist eine berühmte ein leuchtturm entspürt glanz ruine eben die wegen der fehler ich bin mir nicht moment mir eher in so einer stadt nur sind meine idee was das ganze angeht ist einfach war in den komischen stadt da wo wir halt waren noch mehr leben warum nicht wir haben ja nicht genug wird das leben hinterher geworfen habe ich das gefühl was sind wir denn jetzt eigentlich genau genau ich habe nichts gesagt aber den gefesteten war doch was was ist was ist ein filter ja merke ich das ganze versuchtener ich merke neugierig warum ich jetzt das ist da wo ich mich hier das ist da wo ich mir denke hier das irgendwie was die schreine angeht immer nur es gibt halt so ein schreiner ist so eine kugel so eine komische tafel ich dachte das ist nur wo war die den feilen weil sie immer noch nicht ich habe zu mir wieder sehr schön wenn ich er halt ein bisschen neugierig die immer noch stehen das ist hier das sehen wir dann in der nächsten folge